Ein 40€ Solo Custom Games Turnier und das bei mir live auf Twitch von uns organisiert, zusammen mit einem anderen Streamer noch. 1. und 2. September, merkt euch das Datum, jeweils ab 19.30 Uhr live auf Twitch, einfach Netro Gamer Solo Custom Games. 40€ insgesamt als Preisgeld. Freitag ist das Qualifier, dort werden 3 Runden gespielt und direkt danach ist sogar noch das Halbfinale. Das geht 2 Runden lang und das Finale findet dann am Samstag statt, dort werden unfassbare 6 Runden gespielt und danach steht dann fest, wer das Preisgeld mitnimmt. 1. Platz nimmt Zwanni mit, 2. Platz nimmt 10er mit und 3. Platz kriegt einfach mal 1000 V-Bucks for free. Jeder kann nichts machen, sagt allen Bescheid, wir kriegen 100 Leute in die Lobby voll. Solo Custom Games direkt in der neuen Season, auf der neuen Map. Unfassbar geil, jeder kann mitmachen. Creator Code Netro Gamer, sehr gerne eintragen im Fortnite Item Shop und dann sehen wir uns live auf Twitch. Einfach Netro Gamer eingeben, dann findet ihr mich. Ich bin jeden Tag live, 10 Tage am Stück. Schaut vorbei, let's fucking go man! 2. Platz Deutschland